Ich bin der Wendl Harald, arbeite bei die Wiener Netze im Bereich Strom. Ich bin Anlagen- und Kabelwerkmeister vom 23. Bezirk. Wir sind jetzt gerade im 23. Bezirk. Wir sind hier im Baulager. Hinter mir sieht man die Kabeltrommeln, die wir gestern verlegt haben, die 20.000 Volt-Kabeln. Ich werde jetzt noch auf die Baustamm fahren, werde schauen, ob die Kabel richtig verlegt sind und werde sie dann in Betrieb nehmen. Mit meinem Team sorge ich im 23. Bezirk für die Instandhaltung, die Erneuerung und die Modernisierung des Stromnetzes im 20-KV-Bereich. Sowohl bin ich auch im Störungsdienst für ganz Wien tätig und sorge dafür, dass der Strom immer am Fließen ist. Dass ich immer neue Herausforderungen habe, dass es nie langweilig wird, dass ich ein super Team habe, mit dem ich Spaß habe bei der Arbeit. Jede Baustelle eigentlich was anderes ist, nie dasselbe ist und werde ich immer aufs Neue meistern. In dem Sinne warst du es von mir. Bleibt gesund. Viertel. Bis zum nächsten Mal.